So verabschiedest du dich also von uns? Du musst lernen, auf dich selbst aufzupassen. Und auf deinen Jungen. Unseren Jungen. Was ist denn jetzt? Wir wurden rausgeworfen. Hier hat seit 20 Jahren niemand mehr geschlafen. Das war mal mein Bett. Es wird wahrscheinlich nicht länger überleben, wenn man darauf springt. Sehe ich etwa aus wie jemand, der auf einem Bett rumspringen würde? Ein wenig. Ist das eine Honigwabe? Magst du Bienen? Da sind Bienenstöcke im Garten. Möchtest du sie sehen? Verrate den Bienen deine Geheimnisse, dann fliegen sie nicht weg. Meine Mutter ist traurig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hey, weg da! Hey! Halt still! Er muss verstehen, dass er niemandem davon erzählen darf. Es ist eine kleine Stadt, Jean. Ich habe sie gesehen, Mom und Dr. Markham. Herrgott! Herrgott! Wir hätten wissen müssen, was passieren könnte. Wenn du nochmal herkommst, ruf ich die Polizei. Und du wirst Charlie nie wiedersehen. Hast du das getan? Sei ein Mann! Ich will das. Verkommst du siehst. Also có ein Mann. Maybe jemand���er? D Abdeln. Untertitelung des ZDF, 2020